Einer, da meine Katze kämpft gerade Zwei Zwei Ja, wir fangen echt an, das ist gerade sehr schön Nein, der ist verkackt, weil ich davon geredet habe Oh, komm schon, ich habe so lange gewartet, also jetzt, also jetzt, jetzt, jetzt bin ich Nein Die Katze ist so süß, oh mein Gott Okay Oh ja, das haben wir alles bitte für Fische Ich mache mal die neuen Maulwurf-Biest Ist das cool Ihr seid fachkundiger geworden Sehr geil Ich könnte gar nicht anhaben, weil ich die ganze Zeit nur zurückkloppe Sehr schön Wo ist er das denn Ist mir aufgefallen Euer Begleiter fliegt Euer Begleiter ist verwunden Ja, ich komme nicht mehr zu meinem Begleiter Ich bin verwunden Oh Was Ihr seid hinüber Das war ein Fernkämpfer Äh Okay, warte mal, warte mal Ganz kurz mal Fernkampfwaffen verbessern Ich möchte schnell Feuer verbessern Ich möchte schnell Feuer verbessern Ich möchte schnell Feuer verbessern, ne Äh Und wir konnten da was anlegen, was weiß Mystischer Strom Klingt besser Das klingt auch besser als unser Handschuhe Gut, okay Ich muss ja lernen, die Fähigkeit einsetzen besser Deswegen springe ich hier gerade so ein bisschen sinnlos rum Ja, das war schon wieder so Fail Hey 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 Oh mach ein oben drauf Schädel senkende, das ist einer Also Oh Das erste ist umsonst. Nicht wirklich. Ihr habt eine neue Quest. Oh, jetzt habe ich einen Mahlant reingeschockt. Aha. Na dann wollen wir mal den größten Untoten Monster der Welt gegen Dritten. Freut mich jetzt schon. Ah, hallo. Sind zum Glück nur 500 oder so. So, ach so, das war die Runde schon. Okay. Oh mein Gott. So, das haben wir geschafft. Das sah noch ganz gut aus. Das war immer tief, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube es war effektiv. Das tut wirklich weh. Ich brauche mehr Mana. Ich brauche mehr Mana. Ich bin ganz sicher. Ich treballere. Doch, das ist nicht genau Dann komme nachher nicht, dass ich jetzt hier nicht so ein Spielvertriebe, dass ich die Leistung verpasse. Das ist ja voll bitter. Na? Ich glaube da war noch was. Ja! Das ist ja voll. Was ist das denn? Oh la la. Was ist das? Woah! Alter! Sooo. Uh, uh, noch schnell kaputt machen. Der nur noch schnell die Ohnen kaputt machen. Das ist ein toter Abenteuerraum. Oh, weiter. Wie dem Gold? Woah, was war das denn? Ich habe wenig Mana. Ich habe wenig Mana. Ich habe wenig Mana. Woah, stimmt. Ich habe nicht genug Mana. Nicht genug Mana. Ja, jetzt tut mir dein Mana-Bowling die ganze Zeit. Woah. Ich verleg dich aus, die Viecher. Ich habe wenig Mana. Ich verleg dich aus, die Viecher. Ich verleg dich aus, die Viecher. Natürlich noch Gold. Neh mich natürlich mit. Eiltrank. Woah. Hey. Aber auch ein Stück Trot? Aber auch ein Stück Trot? Oh. Oh nein. Asekt. Ich habe wenig Mana. Wow, was ist das denn? Ich habe wenig Mana. Ich brauche mehr Mana. Ich brauche mehr Mana. Ich brauche mehr Mana. Euer Ruhm ist gestiegen. Ich bin verwundet. Jetzt nicht mehr. Okay, es ist hier schon wieder. Es wird ja sein wie viele Boss gegen den Nerf und dann mache ich die mit ein Schlag-Tor. Oh, das ist gegangen. Das war jetzt nochmal hier. Da war noch eine Ordne. Da war noch eine Ordne. Nein. Nein. Ich habe eine Falle ausgelöst. Die ging aber jetzt echt schnell da rum. Okay, hier geht es nicht weiter. Noch einer? Nicht? Na gut. Dann halt nicht. Auf was bin ich denn da noch aufgedrückt gerade? Da, hier ging es runter. Ja genau, hier ging es runter. Ohhhhhhhhhh. Fass. Ich bin verwundet. Mein Gepäck ist voll. Mein Inventar ist voll. Ähhhhh. Mein Inventar. Sein Inventar. Und dann... Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Jetzt ging es ein Stück schnell. Oh, oh ja. So. Hätte sich das auch geklärt? Dann hier. Ich brauche mehr Mana. Okay. So. Hätte ich nicht eine Daunte geworfen? So. Wir müssen anscheinend nochmal hier hinter, wenn wir irgendwas übersehen hier. Eine leere Urne. Ah, und hier geht es weiter. Okay, der zuveilen. Averli. Meinsche öffnen. Hörnigattacke! Wenn man man so mit Mana drin ganz zugeballert wird, heißt das schulden, dass der nächste Kampfsicher sehr einfach wird. Na gut! Okay. Euer Begleiter ist geflohen. Der Begleiter ist verwundet. Ich bin verwundet. Nicht nur der Begleiter. Der Begleiter ist geflohen. Fuuuuck. Ich brauche mehr Mana. WTF. Ich brauche noch einfach. Was? 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 ... was? Ich habe wenig Gesundheit. Ihr seid hinüber. Was? Was? Ich habe wenig Manga. 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 Ich brauche mehr Manga. Ich habe wenig Manga. Ihr seid tot. Ich probiere es noch einmal. Oh. Oh, wer kommt denn her? Ich brauche mehr Manga. 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 Ich habe auch eine Taktik. Ich habe nicht genug Mana. Ich bin verwundet. Ich brauche mehr Mana. Ich habe nicht genug Mana. Ich habe wenig Mana. Boah, es ist was. Okay, ich bin nicht in die Stadt. Boah, der... Habe ich die währenddessen in die Spille verwendet? Sieht geil aus, auf jeden Fall. Muss auf jeden Fall das schnell verbessern. Okay, alles sieht geil aus. Ähm... Auch mein Kollege braucht mal wieder ein bisschen. Dann wieder 10 Punkte. Hau mal einfach das alles da rein, einfach jetzt so. Ja, gut. Wir haben das Quest jetzt nicht ganz erledigt. Ist aber auch egal. Wohl neu hier, was? Wohl neu hier, was? Aufräumenpause, das kenne ich ja schon. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit meiner riesen Tarantel hier. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Adios. Tschüss. Tschüss. Hu, ich wuße. wag, ellstöhnen wunsch.